Ja, einen wunderschönen guten Morgen, da ich die Simonik Harvon den noch ankündigt, der Sprecher und natürlich als Musikproduzent und als Musikchef und ja, Herzen für Heine. Das ist ein wunderschöner Lied, aber sehr, sehr traurig, weil jemand von uns gelebt hat und uns getan hat. Und natürlich dieser große Abschied auch von ihm. Vorher hat es nicht übers Herz gebracht, hier zu singen, aber jetzt bin ich da drüber weggekommen und so, dass man ein bisschen schürzt wird, aber so ist das Leben. Und wir machen das beste Trasse und ich versuche nachher zu eroberten, zwölften, dreizehnten und natürlich mit der Claudia, bei den Pferden noch. Warum musst du gehen? Es war wunderschön, es ist auf der Weide im Kühlsaal. Weil die Pferden bist du auch gewesen, die schönste Erinnerung ist es auch. Wir fahrein, du mein Geburtstag, die schönste Erinnerung, das war von dir. Ich durfte hier nie, und ich glaube es kaum, du willst dich verhindern, aber ich kann es nie verstehen. Die Liebe ist stärker als der Tod, die Liebe ist stärker als der Tod. Er hat sich versiegt, du bist es nie, Frau Werner. Du warst unser bester Freund, wenn ich dich so gerne hätte. Aber das Leben ist neu so, ich bin auch so weh. Ich versuche diesen, die Liebe ist stärker als der Tod. Immanuel Etwa. Immanuel Etwa.